Und? Bist du schon aufgeregt? Bist du Witze? Meine Nerven tanzen Tango. Das ist doch egal, was schief wird. Jutet Essen hilft immer. Schieb der Bürgermeisterin einfach eine extra Portion Schrimps rüber und dann läuft's. Ja, da kannst du ihn drauf lassen. So, jetzt will ich das ganze Zeug hier noch heil rüberkriegen. Nein, ich helfe dir ja. Du musst doch arbeiten. Na, passt schon. Hey, aber nur, wenn das wirklich okay ist. Na, Logo, dauert ja nicht ewig das bisschen nach. Danke. Was soll das denn jetzt? Hallo, alle Mitten und Abend. Hat euch das Video gefallen? Okay, doofe Frage wahrscheinlich schon, na klar. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr ganz einfach hier klicken. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier klicken. Auf RTL Plus jederzeit. Was macht ihr denn immer noch da? Ich hab doch gesagt, hier klicken. So wahrscheinlich wird daran nichts zu verstehen ist.